Hallo und herzlich willkommen liebe trollingen zuschauer ich bin's der Leon von Trolltools und ich präsentiere euch heute das unboxing von dem windows produkt und zwar dem surftab twin 10.1 von trackstore das ist so ein kleines 2 in 1 tablet das heißt wir haben eigentlich tablet und ein tastatur dock welches nicht so viel kann das heißt wir haben da kein akku drin oder sowas das ist halt alles im tablet integriert ist klein und handlich wiegt ein kilo und deswegen wollte ich mir das mal anschauen um für unterwegs vielleicht eine alternative zum fetten laptop zu haben ihr wundert euch jetzt vielleicht warum jetzt hier die verpackung falsch rum rauskommt das liegt einfach daran dass ich mir die gebraucht gekauft habe also b-ware wieder in stand gesetzt für jetzt 130 euro neu kriegt man das trackstore ding aktuell für etwa 160 aufwärts da wollte ich halt noch ein bisschen sparen denn ich bin ein kleiner sparfuchs ja wir haben die 32 gigabyte variante und machen erst mal feierlich hier dieses ding auf das hat jetzt ein bisschen gehackt aber von den 32 gigabyte haben wir auch gar nicht mehr so viel übrig wir sind dann bei etwa naja 17 gigabyte vorinstalliert und wenn wir da noch etwas drauf installieren dann sind wir ganz schnell nur noch bei 10 ohne dass wir wirklich viel damit gemacht haben na schön packen wir es erstmal aus wichtig ist bei diesem tablet wir haben zwei vollwertige usb-buchsen eine direkt am tablet selbst und einem tastatur dort was ich sehr sehr angenehm finde und hier ist auch schon das gute stück in voll plastik und schwarz trackstore logo ist gar nicht so unauffällig eigentlich aber ich würde sagen wir wollen das ding erstmal aus seinem bett hier raus liegt ganz gut in der hand ist nicht so schwer aber wie bei jedem guten unboxing packen wir erstmal das gerät weg und schauen uns den packungs inhalt an der dann nicht so riesig ist wir haben usb kabel wir haben ein netzteil und wir haben papier nicht wirklich spannend können uns das papier anschauen falls eine überraschung dazwischen ist aber nicht ahne da nicht gut nichts gutes bedienungsanleitung interessant quick start guide noch ein interessanter garantie quatsch weg damit ok also wieder zurück zum tablet was haben wir da noch an daten die man irgendwie runter leiern könnte wir haben hier zwei gb ddr3 rahmen also haben wir nun windows 10 home 32 bit version natürlich wir haben intel atom prozessor den z3735 f der kann eben bis 1,83 gigahertz packen und schauen wir mal wie man das tablet hier rausholen kann das nämlich einfach so ein magnet man kann es auch nur diese seite herum rein stellen also nicht andersrum und dann irgendwie auf den kopf stellen oben haben wir anschalttaste und die lautstärke wippe weil es am anfang noch ein bisschen gehakt hat kann man sich dann bestimmt ein trainieren weil es mit dem magnet erscheint eine ganz okay lösung zu sein mal schauen wie lange das ding hier bootet das kann sich jetzt nur noch um jahre handeln wir können auch sagen wir haben eine kamera und front zwei megapixel rückseite zwei megapixel mit autofokus ist jetzt nicht so die krasse feature list aber ganz im ernst wir brauchen tablet auch die krasse kamera für mkr-code einzuscannen reicht und mehr sollte man damit auch nicht tun liebe kinder die bildschirmauflosung ist jetzt nicht so hoch 1280 x 800 pixel reicht aber durchaus aus wir haben zwar an 10.1 zoll großen bildschirm aber man nutzt man auch nicht direkt vor dem auge das wird ja sonst auch ziemlich ungesund bluetooth haben wir verbaut wir haben mini hdmi wir haben wlan bluetooth 40 und ja ein mikrofon und eine kopfhörerbuchse welches ja so manches iphone nicht mehr vorweisen kann wenn wir hier durchs menü schnarchen kann man noch mal kurz runter reihen dass wir das gewicht als tablet itself bei 599 gramm sind der akku hat eine kapazität von 7500 milliampere stunden was relativ okay ist mal schauen wie lange man damit praktisch durch den tag kommt und naja ich würde mal sagen wir überspringen mal dieses langweilige einstellen ja ja bei windows kriegt man wenigstens die updates noch auch wenn die total critical sind aber wir schauen uns jetzt lieber noch mal die tastatur an die ist relativ klein geraten und meine güte wie groß ist eigentlich diese feststelltaste tippt sich aber naja ganz okay da drauf das touchpad scheint mir auch ohne es jetzt wirklich ausprobiert zu haben ein bisschen mit trübe ich nicht ganz okay zu sein wir haben um funktionstasten für lauter leiser play suchen und so weiter wir haben leider keine funktionstaste für helligkeit gut das wackelt jetzt ein bisschen wenn kein tablet dabei ist aber man kann drauf tippen ich glaube man muss ein bisschen eingewöhnen ist doch ein bisschen klein geraten und das sind lücken dazwischen ich jetzt eher nicht gemacht hatte als tastatur layout aber ich glaube da kommt man irgendwie mit klar der klappmechanismus tut auch was er soll der wird ein bisschen nach aber scheint mir ganz solide zu sein von der seite sehen wir dann hier noch mal den usb anschluss am tablet so und da haben wir auch schon windows 10 auf dem tablet meine güte die eigenen sind ja ganz schön klein schnell mal wieder die startoberfläche aufgemacht das funktioniert relativ schnell da leckt erstmal nichts das ist schon mal ein ganz gutes zeichen für den preis vom akku her erzählt jetzt was von fast vier stunden kann aber der bildschirmhelligkeit ein bisschen nach regeln was da wie gesagt leider nicht über die tastatur geht das ein bisschen schade aber wie lange sich der akku dann in anwendungsszenarien die meinen entsprechenden hält schlägt das schauen wir dann einfach mal im testbericht der dann noch mal kommt ich werde auch ein ausführlicheres video dazu machen das mache ich aber erst wenn ich mit dem gerät ein bisschen rumgespielt habe gut das war's mit dem kleinen unboxing wenn ihr fragen zu dem gerät habt die in einem testbericht ausführlicher beantwortet werden sollten dann schreibt sie doch einfach in die kommentare ich melde mich dann damit in ein paar wochen hier auf diesem kanal und bis dahin ciao bis bald